Herzlich Willkommen beim einzigen Ort der Wahrheit in der Welt. Denn nur Naturwissenschaften bringen die Wahrheit, der Rest ist Aberglauben, Irrtum und Irrwege. Ja, und nachher sind dann unsere Tagesthemen heute wieder das Duell Corona-Sara Wagenknecht gegen Markus Krall, bürgerliche Revolution gegen Next Scientists for Futurer. Ja, und wir beginnen mit Kommentaren. Also hier ein Kommentar wurde uns gemailt. Sie haben Krall offenbar nicht verstanden, wenn Sie behaupten, erlege falsch und die wahre Gefahr für Europa sei der Intelligenzschwund. Genau das ist Kralls zentrales Thema. Ja, das wäre ja schön, wenn wirklich Dr. Markus Krall sich ganz klar dazu äußern würde, dass wir sozusagen das machen. Aber er äußert sich eben nicht und sagt eben nicht, wie die Next Scientists for Future.de, dass wir also, ich mache mal so ein paar Eckdaten, so, dass wir hier, dass wir unseren gebildeten Frauen sozusagen, dass wir die ab dem Moment der Geburt eines Babys, also erst einmal grundsätzlich, wir müssen generell dazu hingehen, dass Frauen generell weniger Steuern zahlen als Männer. Ja, und zwar genau in der Höhe des Prozentsatzes, indem die, also so, dass es passt dazu, dass Unternehmen aus gutem Grunde Frauen niedrigere Gehälter zahlen bei gleicher Leistung. Ja, warum machen sie das? Weil sie eben immer auch die Kosten einrechnen müssen, die Unternehmen, die passieren, wenn die Frauen schwanger werden und Babys bekommen und so weiter. Dann können sich also Investitionen in die Weiterbildung dieser Frauen zum Beispiel, rechnen sich dann nicht mehr. Und diese Verluste müssen eben durch niedrigere Gehälter ausgeglichen werden. Und dann muss man eben die Steuern für Frauen so senken, dass das sich ausgleicht. Aber auf keinen Fall dürfen wir von Unternehmern verlangen, dass sie den Risikofaktor Frau im Betrieb sozusagen selber tragen sollen. Denn wenn das unsere Unternehmen tragen sollen, dann sind sie im weltweiten Wettbewerb benachteiligt und wir verlieren dadurch Arbeitsplätze, weil dann Unternehmen pleite gehen, die nicht pleite gehen müssen sozusagen. Und dann gehen Arbeitsplätze verloren, die nicht hätten verloren gehen müssen. Also erst einmal, also Frauen grundsätzlich weniger Steuern zahlen. Zweitens, eine Frau ab dem Moment, wo sie ein Baby bekommt, wird sie steuerfrei gestellt. Das kann bis zu 100 Prozent gehen. So diskutieren wir doch mal zwischen 10 und 100 Prozent. Ja, es kann auch sein, dass wir das einfach mal zu 100 Prozent machen sollten. Und dann muss der, wenn der Betrieb noch keinen Betriebskindergarten hat, dann bezahlt der Staat den schönen Betriebskindergarten. Und der Staat zahlt dem, dann kriegt der Staat, eine neue Berufsgruppe muss geschaffen werden, die Kindersekretärin, die sich mal ums Baby kümmert und mal um, mal Sekretärinnenaufgaben übernimmt und so der Frau am Arbeitsplatz hilft. Und die muss natürlich vom Staat bezahlt werden, selbstverständlich, ja. Und dann müssen wir noch dem Unternehmer auch noch ein kleines Ausgleichsgeld zahlen, weil ja die Frau, wenn sie dann am Arbeitsplatz das Baby stillt und so weiter, dann muss man sozusagen dem Unternehmer etwas geben, ein kleines Ausgleichsgeld, denn eine gewisse Leistungsminderung wird schon mit dem Baby am Arbeitsplatz auch einhergehen. Zwischendurch stillen und so weiter und dann wieder in den Betriebskindergarten und so weiter mit der Kindersekretärin, ja. Aber wir müssen endlich dafür sorgen, dass sich Frauen nicht mehr aus Karrieregründen gegen Kinder entscheiden. Das muss endgültig aufhören, weil wir brauchen hier Kinder unserer leistungsfähigsten Frauen, unserer intelligentesten Frauen, unserer klügsten Frauen. Und die haben wir bis jetzt in letzter Zeit davon abgehalten, überhaupt noch Kinder zu bekommen. Und ja, wir müssen eben dafür sorgen, dass wir hier, also im Prinzip müssen wir ganz klar formulieren, es darf weder ein großes bedingungsloses Grundeinkommen, das muss man ja von abraten, weil sonst eine Hauptschulabbrecherin sozusagen mit 18 Kindern dann auf, sagen wir mal so, beim bedingungslosen Grundeinkommen von 1.500 dann auf, ja, ungefähr 30.000 Euro Monatsgehalt bekommt. Kommt nur für das Aufziehen von, mit größter Wahrscheinlichkeit, nicht leistungsfähigen Kindern sozusagen. Und das würde unsere Volkswirtschaft radikal ruinieren, ja. Aber wir müssen viel weiter gehen, es darf auch, also entweder wir entscheiden uns für ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen, wobei dann die Schlüsselfrage ist, ist es wirklich gut, denn dieses mini-bedingungslose Grundeinkommen würde völlig die Angst aus dem Leben rausnehmen. Angst und Stress wären weg, weil wenn man zum ersten immer auf dem Konto das Geld hat, was reicht für eine gesunde Basisernährung, eine Gemüse und Obst und so weiter Ernährung, also für eine gesunde Basisernährung, dann auch noch Krankenversicherung hat und Rechtsschutzversicherung kostenlos und Miete und die Wohnung dann, also vom Wohnungsamt, die tritt also als Hauptmieter ein sozusagen, dann ist das eine Rundumversorgung, wo Angst weg wäre. Die Frage ist nur, ob das gut ist. Einer der Professoren des Weltrates hat ja eher so gesagt, naja, vielleicht brauchen wir jetzt schon einen gewissen gesunden Basisangstanteil in der Bevölkerung, damit wir eben nicht zu sehr in die Inaktivität verfallen. Also dieses kleine bedingungslose Grundeinkommen, das sparsamste bedingungslose Grundeinkommen, würde also diese Grundangst völlig wegnehmen. Und die Frage ist, ist das gut oder schädlich? Ja, das ist unklar. So, und aber ansonsten müssten wir, wenn Hartz IV bestehen bleiben würde, müssten wir dazu übergehen, das auch nach und nach zu kürzen, denn das ist so großzügig gestaltet worden, letztendlich, weil es für die Arbeitsämter bis jetzt karrierefördernd war und vorteilbringend war, wenn möglichst viele Menschen arbeitslos waren und es auch blieben, sozusagen, wenn in dem Hotelarbeitsamt viel Kundschaft war, dann machte man dort gut Karriere und wurde Vorgesetzter von neuen Mitarbeitern und so weiter. Und diese Mechanismen haben dazu geführt, dass Hartz IV viel zu hoch angesetzt ist und eben dazu führte, dass die Menschen festgehalten werden in der Dauerarbeitslosigkeit, in der sozialen Hängematte der Berüchtigten. Und dieser Fehler muss natürlich korrigiert werden und das Wesentliche ist, dass für Kinder im Prinzip gar nichts mehr gezahlt werden darf, besonders für neugeborene Kinder, denn sonst bedeutet ja, das Geld, was für das Kind bezahlt wird, erhöht ja das Monatseinkommen der Mutter und in unserem Beispiel ja die arbeitslose Hauptschulabbrecherin. Ja, und das sind aber konkrete Maßnahmen und sowas Konkretes habe ich von Dr. Markus Kral nie gehört und wir gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Wir sagen, wir müssen uns wieder den Naturvölkern anpassen, wo sich die Mütter kurz nach der Geburt, wir dürfen nicht weiterhin Frauen zwingen, irgendwelche chemischen Verhütungsmittel nehmen zu müssen oder irgendwelche gefährlichen Abtreibungen praktizieren zu müssen. Jede Mutter, wir müssen das Gesetz haben, nicht wie es früher hieß, mein Bauch gehört mir, sondern wir müssen sagen, mein Neugeborenes gehört mir. Und jede Mutter muss die Entscheidungsfreiheit haben, sich gegen ein Kind zu entscheiden. Und dann muss dieses Kind völlig schmerzlos und völlig ohne Leiden, mit glückseligen Gefühlen einschlafen dürfen sozusagen. Und das ist die Naturvölkerlösung. Also das macht jedes gesunde Naturvolk, da dürfen sich die Mütter nach der Geburt, dürften sich die Mutter nach der Geburt entscheiden, kann ich das Kind annehmen oder nicht. Und wenn es dann eben kein Geld für das Neugeborene gibt sozusagen, dann wird sich die Mutter entscheiden, wird sagen, oh, jetzt muss ich mich dann aber doch sehr, sehr stark einschränken, muss vielleicht von der gesunden Gemüse- und Obsternährung, muss ich vielmehr auf Kartoffelernährung oder Reisernährung umschalten. Und das ist nicht ganz so gesund und das mache ich lieber nicht. Also entscheide ich mich gegen das Kind. Und dann kriegen wir eben weniger volkswirtschaftlichen Gesamtschaden, denn in der Natur werden Kinder immer von hier aus gezeugt und von hier aus teilweise überhaupt nicht. Kommt auf die biologische Art drauf an. Und wir machen halt Folgendes, dadurch, dass wir hier ständig Kinder bekommen oder Zuzug bekommen oder was auch immer, reduzieren wir im Durchschnitt ständig die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und das wird irgendwann beim Totalruinen Europas und Deutschlands enden. Ja, also bitte, wo sind jetzt von Dr. Markus Krall, lieber Kommentator, wo sind diese ganz konkreten Aussagen von Dr. Markus Krall? Ich habe sie bis jetzt nirgends gefunden. Ja, also das bitte, bitte nochmal nennen, was seine konkreten Reformaussagen sind. Die Reformaussagen der Next Scientists for Future sind ganz konkret und würden das Problem des Intelligenzschwundes in Deutschland erst einmal lösen. Ja, so, dann, ja, A-Player suchen sich A-Player als Partner. Ja, weil die wissen, dass sie gut sind. Ja, B-Player suchen sich C-Player, damit sie nicht hierarchisch herausgefordert werden können. Ja, aber das gilt sicherlich in den Betrieben, ja, dass man sozusagen, dass sich da ein B-Player natürlich C-Player sucht, die ihm nicht das Wasser reichen können und damit ihm auch nicht vorgezogen werden können im Betrieb. Und dadurch blockt dann der B-Player sozusagen alle fähigen Leute auch ab. Aber das sind so Mechanismen, die sowieso verschwinden müssen. Denn was der Kommentator jetzt nicht weiß, ist, dass wir natürlich auch ein komplettes Unternehmensberatungsprogramm für die Unternehmen haben. Wir haben auch Professoren dabei, die speziell in der Unternehmensberatung interessiert und engagiert sind. Und letztendlich müssen wir dafür sorgen, dass es das eben nicht mehr gibt, dass ein B-Player fähige Leute, also A-Player und B-Player, wegblockiert und wegfiltert, nur damit er als König gut dasteht und damit er eben hierarchisch nicht herausgefordert werden können. Aber das geht nur, indem wir eben auch in Betrieben zum Beispiel viele Tandems einführen, Vergleichbarkeiten schaffen, Leistungsranglisten schaffen, wo dann ganz deutlich wird, dass dieser B-Player, wo also sozusagen der B-Player sozusagen nur dann gewinnt, wenn wirklich seine Abteilung wirklich leistungsfähig ist und dafür muss er sich eben A- und B-Player ins Team holen, holt er sich weiterhin C-Player, dann wird das Gesamtergebnis seines gesamten Teams schlechter sein als in anderen Abteilungen und damit wäre dann dieses Problem gelöst. Es gab ja auch schon so viele andere. Schluck Wasser und bitte, Sie können jetzt schon mal das Zahnrädchen unten rechts, bitte schneller drehen, habe ich vergessen zu sagen, weil ich ja so langsam rede. Schluck Wasser. Also, solche Probleme. Es gibt ja auch so Hinweise, jemand steigt so lange im Unternehmen auf, bis er sozusagen den Punkt seiner maximalen Unfähigkeit erreicht wird und dann wird er eben nicht mehr befördert, obwohl er eben dann für diesen Job schon gar nicht mehr geeignet ist und so weiter. Wir haben lauter solche Mechanismen, weil wir eben keine Vergleichbarkeiten geschaffen haben, keine Aufspaltung der Unternehmen in Parallelunternehmen, die in Wettbewerb zueinander treten können. Wir haben keine Leistungsranglisten, wir haben gar nichts im Unternehmen. Wir haben genauso sozusagen, ich sage ja immer, dass der größte Aberglaube der Menschheit von den beiden großen Aberglauben, der ist an die Gutheit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Und unsere Unternehmen hängen auch diesem Aberglauben an, sozusagen, dass Arbeitsteilung im Betrieb einfach so, dass man die freilaufen lassen könnte. Das geht nicht. Ja, Unternehmen müssen in Parallelunternehmen aufgeteilt werden, die dann in Wettbewerb zueinander treten. Dann müssen die Zuständigkeiten ständig rotieren und wechseln. Dann muss man rotierende Tandemsysteme machen, wo man genau Vergleichbarkeiten schafft, Leistungsranglisten müssen geschaffen werden in allen Teilen der Betriebe und so weiter, damit man ganz klar sieht, welche Führungskraft erzielt gute Ergebnisse und welche schlechtere und so weiter. Dann muss man wechseln, dann müssen die Zuständigkeiten gewechselt werden und so weiter. Es muss also ständig alles gemacht werden, damit wir klare Ergebnisse kriegen. Und dann muss man sich klar sein, natürlich ist das Aufwand in einem Betrieb, so viel Aufwand zu schaffen. Aber der Nutzen ist viel größer, weil dann die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit im Unternehmen um den Faktor 10, 20, 100, 200 zunimmt. Also die Unternehmen werden x-fach leistungsfähiger, weil im Moment ist es ja so, dass sozusagen lauter Möglichkeiten bestehen, in einem Unternehmen gegen das Unternehmen zu wirken und zu arbeiten. Und das fällt auch gar nicht auf, weil wir keine Messungen darüber haben. Und genauso wie wir im Staat über die Verdienstzuschläge entscheiden müssen, müssen wir auch in den Betrieben eben über die Leistungsranglisten bezüglich der Verdienstzuschläge entscheiden und so weiter. Ja, gut, also ja, ja, schade, denn sie wirken sonst sehr offen und scheinen um ein differenziertes Weltbild bemüht. Ja, also deswegen bitte an den Kommentator, also Hinweis. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir die konkreten Konzepte von Herrn Krall mal zu hören bekämen, zum Thema Intelligenzschwund und wie gesagt, und wenn vielleicht hat er ja auch eigene Management-psychologische und eigene Führungskonzepte für Unternehmen entwickelt, also die Next Scientist for Future, haben das alles fertig, ja, also ich habe es ja nur andeuten können, ja, aber das ist das, was ansteht. Ja, und dann gehen wir aber erst einmal, bitteschön, zum Tagesbild und den Kurznachrichten, ne. Tagesbild, ja, wo haben wir es? Da erscheint es, kommt das ins Bilde? Ich glaube, so können wir es mal lassen, ne. Ja, die Kurznachrichten, ja, also bei Maischberger die Woche, ja, eine Dame, das ist wieder total widersprüchlich alles, eine Dame, die recht vital ist und die sich scheinbar auch offensichtlich nicht total ungesund ernährt, die sagt, wir sind alle an Corona erkrankt, aber wir sind alle wieder gesund, auch die alte Oma, uns geht's gut, ja. Das spricht nicht für ein Killer-Virus, ja, ein Killer-Virus müsste auch in der Lage sein, da doch einige von dieser durchaus vitalen Familie auch dahin zu raffen, sozusagen. Hat es aber nicht. Also, und wir haben ja nie gesagt, dass Corona harmlos sei, sondern eine kräftige Grippe ist immer eine potenziell tödliche Krankheit. Aber die Frage ist eben, ob man die gesamte Volkswirtschaft gefährdet und riskiert für eine kräftige Grippe. Ja, dann, ja, und dann in Maischberger sagten andere wiederum, ja, in Schweden, da waren ja so viele Tote, ja, aber wie viel sind es denn wirklich? Also, wenn man mal, erstens müssen wir uns klar sein, vor, im Jahre 2018, wo ist es, im Jahre 2018 hatten wir in Deutschland angegeben 25.000 Grippetote, ja. Ja, aber da war kein Hype, da war die Aufmerksamkeit nicht auf der Grippe. Es wurde nicht jeder im Krankenhaus auf Grippe getestet und jeder, der dann irgendwie starb, wurde, wurde auch nicht sozusagen eingeordnet. Da gibt es eine andere Sendung, da haben junge Leute erzählt, wie ihre Verwandte sozusagen an Krebs gestorben ist, aber sie am Ende in der Corona-Statistik gelandet ist, ja. Weil irgendwo der, irgendein Test mit irgendeiner großen Fehlerrate irgendwie bei ihr angesprungen ist, obwohl sie während der Krebssterbephase niemals irgendwelche Erkältungssymptome oder ähnliches gezeigt hat. Also, das zeigt doch, dass da, und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten in Deutschland sozusagen so viel Aufmerksamkeit auf die Grippe gesteckt, dann hätten wir vielleicht stattdessen hätten wir, ja, möglicherweise einfach 15.000 mehr gehabt, weil wir eben mit der Aufmerksamkeit so draufgegangen wären, ja. Und dann wären plötzlich aus den 25.000 40.000 geworden. Und wenn man dann nochmal sich klar macht, dass die Hälfte aller Corona-Toten in Schweden in den Altersheimen gestorben ist und Teknell selbst zugegeben hat, dass da der große Schwachpunkt ist. Also, wenn wir davon ausgehen, in den Altenheimen in Deutschland wären weniger gestorben, sozusagen, als in Schweden, weil die in Schweden besonders schlechte Situationen, hygienische Situationen in den Altenheimen hatten, ja, dann relativiert sich das viel mehr. Also, übertragen wir nochmal, hier haben wir jetzt also 40.000, ja, für Deutschland mal veranschlagt, haben aber die Altenheime noch nicht eingerechnet, ja. Und dann machen wir uns jetzt mal klar, in Schweden haben wir 5.700, das scheint ja auch gar nicht mehr zu steigen, angebliche Corona-Tote mit Aufmerksamkeit, mit Blick darauf und so weiter, ja. Wir müssen uns das klar machen. In Weißrussland haben wir nur angebliche 60 Corona-Tote, also 60 bei gleicher Bevölkerungszahl. Und das heißt, weil eben in Weißrussland die Aufmerksamkeit auf Corona nicht ganz so groß war, obwohl dort auch sehr, sehr viel auf Corona hin getöstet wurde. Also, und trotzdem nur 60 Corona-Tote, ja, vielleicht, weil man dort irgendwie unterbunden hat, die Tendenz aus einer Krebstoten eine Corona-Tote zu machen, ja. Also, das ist eben unklar, ja. Und, ja, und jetzt, wenn man die 5.700, Deutschland hat achtmal so viele Menschen wie Schweden, also hätten wir, sind wir bei 45.600. Wir hatten eben, und wenn man jetzt bei Schweden sozusagen, wenn man jetzt sagen würde, weil in den Altenheimen so viel gestorben ist, wir ziehen einfach mal diese 5.600 ab, also minus 5.600 ab. Dann sind wir genau bei den 40.000, die auch für Deutschland bei erhöhter Aufmerksamkeit auf Corona, geänderten Diagnosegewohnheiten, Testung aller Krankenhausinsassen hin auf Corona und so weiter. Genau genommen ist also in Schweden nicht mehr gestorben worden als im Jahre 2018, sozusagen. Denn, wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie viel Prozent der schwedischen vermeintlichen Corona-Toten gar keine Corona-Toten sind. Wenn in Weißrussland bei der gleichen Bevölkerungszahl statt 5.700 sozusagen nur 60 Corona-Tote angegeben sind im gleichen Zeitraum, dann spricht das dafür, dass das sein kann, dass in Schweden doch, die doch dort auch sehr starke Medizinindustrie mit ihren Gefährlichkeitsüberschätzungstendenzen und mit ihrer Geschäftsorientiertheit, dass da viele drunter sind, die, wenn man sie obduziert hätte, jeden Einzelnen, und zwar von Biologen obduziert hätte, die also kein medizinisches Profitinteresse gehabt hätten. Vielleicht hätten wir dann festgestellt, dass in Schweden wirklich in Wahrheit nur 2.000 von diesen 5.600 echte Corona, echte Haupttodesursache Corona hatten. Ja, und das, also von daher ist also noch einmal mit dieser Rechnung noch einmal klargemacht, Auf jeden Fall geht es Schweden, wie viele Sendungen gesagt haben, verglichen mit uns richtig super, weil sie eben nicht die Schulen geschlossen haben, weil sie dem Virus völlig freie Ausbreitungswege gegeben haben und vielleicht aber in den Altenheimen etwas besser hätten hygienisch schützen sollen. Ja, dann haben wir eine Sendung gehabt, also Tagesbild, dann haben wir eine Sendung gehabt, ja, also wie gesagt, wird ja im Moment diskutiert, wie weit die Impfung wieder so gefährlich ist wie die Schweinegrippeimpfung. Da gibt es eine Sendung, die stellt das nochmal, die haben wir in die Playlist 3 am Ende, also bei den neuesten Videos, in der Playlist 3 bei dem Sender News und Talks für Gebildete, die haben das reingetan sozusagen und dort können Sie das finden, ein Video, das nochmal in Kurzversion quasi nochmal den Skandal von Profiteure der Angst hieß ja die Sendung bei Arte und diesen Profiteure der Angst Skandal stellt das nochmal dar, so wie die verschiedenen Angriffe der Medizin und Pharma und Test- und Impfungsindustrie auf die Gesellschaften dieser Welt verlaufen sind und wie dort eben uns immer mit großen Gefährlichkeiten und Millionen Sterbezahlen gedroht wurden und so weiter, ja. Also die Schlüsselfrage ist ja immer, wo sind die in Schweden und Weißrussland angedrohten 120.000 Toten, in Weißrussland 60, in Schweden 5700 statt 120.000 angedrohten. Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass der Mainstream der Medizin und Pharma und Impf- und Testindustrie in einer x-fachen Gefährlichkeitsüberschätzung lebt und Tegnell hat ja nur deswegen auch diese andere Strategie gemacht diesmal, weil er damals auf die Schweinegrippeimpfung reingefallen ist und dieses sich dann als total schädlich herausgestellt hatte. Ja, also bitte Video in Playlist 3 bei den neuesten Sendungen, ja, also am Ende der Playlist. Und dann haben wir eine Sendung, da kommt auch wieder die Aussage, ja, da wurde die Gefährlichkeit des Erregers um den Faktor 100 überschätzt. Um mehr als den Faktor 100 hat man sich verschätzt, ne, und das haben wir eben jetzt diesmal auch wieder, ja. Und das war sozusagen auch eine Geschichte der Gefährlichkeitsüberschätzungen, ne. Und man muss sich immer klar sein, Angst fördert das Kaufverhalten und deswegen gehört in einer Fehlanreizindustrie immer Angst auch, also die Überzeugung, dass die Dinge gefährlicher seien, als sie tatsächlich sind, führt immer zu einem größeren Berufserfolg jedes Mediziners und Pharmazeuten, als wenn er die Gefährlichkeiten realistisch einschätzt. Also, Angst fördert Kaufverhalten und Konsumverhalten, ne. Wenn Sie den Leuten Angst machen, dann kaufen Sie ihnen alles ab, was vermeintlich die Gefahr, die vermeintliche Gefahr reduziert, ne. Ja, und in Mexiko, ja, da hatten die Menschen eben sehr viel Übergewicht, sehr viel Vorerkrankungen, sehr schlechtes Gesundheitssystem und immerhin wurden da von einigen Zeugen ein paar Tote benannt. Also man kann das schon, also man sieht das ja an Mexiko, da in einer Sendung, da wurden immerhin mal ein Zeuge benannt, der von ein paar Toten im Umfelde gesprochen hat, ja. Ja, jetzt müsste man natürlich nachprüfen, wie viele sind davon durch schlechte medizinische Behandlungen gestorben, wie viele sind durch die Gefährlichkeit von Beatmungsgeräten gestorben und, 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 wie viele sind an Krankenhauskillerkeimen gestorben. Darüber liegen keine Daten vor. Aber immerhin, es zeigt sich, man kann Leute interviewen und kann sie fragen, ob im bekannten Kreis Leute gestorben sind. Warum wird das in Weißrussland und Schweden nicht gemacht? Und vor allem dann, wenn man solche Leute befragt, man müsste dann gucken, wer ist nicht im Krankenhaus gestorben und wer ist im Krankenhaus gestorben? Wer ist gestorben ohne ärztliche Behandlung und wer mit ärztlicher Behandlung? Und das denn, wie gesagt, wir können ja niemals als Naturwissenschaftler ausschließen, dass in Wirklichkeit die Leute am Arzt sterben und nicht am Corona. Das können wir ja nicht ausschließen. Als Naturwissenschaftler haben wir ja da eindeutige Hinweise, dass eben der Arzt alleine schon einen Todesfaktor darstellt. Ja, und dann wieder andere Berichte. Ja, in Schweden läuft alles super. Also Schweden und Weißrussland haben es richtig gemacht. Ja, und der Präsident Lukaschenko in Weißrussland sagt auch in einer Sendung, vielleicht sagt er da die Wahrheit, wenn wir uns klar machen, dass da ein Mordanschlag auf Polizisten geplant war, wo dann ein Demonstrant selber zu Tode kam, weil er einen Mordanschlag geplant hat und sich selber dabei in die Luft gesprengt hat. Ja, müssen wir uns klar machen, Lukaschenko spricht davon, dass eben bei den Demonstranten Kriminelle und Arbeitslose tätig seien. Und dann war auch irgendwo noch die Rede von Demonstranten mit Eisenstangen. Ja, was soll die Polizei machen? Natürlich muss sie die, aus meiner Sicht, hat sie auch das Recht, diese Leute zu erschießen oder zumindest mal in die Beine zu schießen. Denn das geht doch nicht an, dass ein Staat sich gefallen lässt, dass Kriminelle mit Eisenstangen auf den Staat zugehen. Das ist wie wenn bei uns die Antifa oder andere Gruppierungen da irgendwie ganz Hamburg die ganzen Autos abbrennen und riesige volkswirtschaftliche Schäden aus ihrer kriminellen Grundhaltung, antidemokratischen Grundhaltung heraus sozusagen formulieren, so nach dem Motto, wir haben als einzige Recht, der Staat muss uns gehorchen. Das ist das gleiche Denken wie bei der Rote Armee Fraktion mit ihren Morden und so weiter. Also diesen Wahnsinn, ja, natürlich hat Reichsrussland auch mit solchen Kriminellen, Linkskriminellen zu tun, ja. Ja, wir müssen auch viel deutlicher formulieren, dass Karl Marx eben der Hetzideologe war, der aus einem freundschaftlichen Verhältnis zwischen einem genialen Unternehmer, der eine geniale Erfindung macht und die an die ganze Welt will ihm die abkaufen und dann stellt er Freunde ein, die ihm bei der Fertigung dieses Produktes helfen, ja. Karl Marx hat dieses freundschaftliche Verhältnis verleumdet und beschimpft und beleidigt als Ausbeutungsverhältnis, als Mehrwertabschöpfungsverhältnis. Das ist sozusagen, das ist eine, letztendlich auch eine kriminelle Verleumdung und Diffamierung, Diffamierung des Unternehmertums und so weiter, ja. Und das muss man ständig thematisieren, dass dieser Karl Marx einerseits die Gefährlichkeiten des Kapitalismus drastisch unterschätzt hat, auf der anderen Seite aber die Leute zu falschen Wegen aufgehetzt hat, nämlich zur gewaltsamen Revolution und zur gewaltsamen Entscheidung, so nach dem Motto, die Masse der Gesellschaft entscheidet sich für Gesellschaften mit Marktelementen und wir aber, wir wissen es besser und wir zwingen der Gesellschaft jetzt irgendwelche pseudokommunistischen, pseudosozialistischen und pseudoplanwirtschaftlichen Irrwege auf. Ja, und dann müssen wir nochmal ansprechen, das Datenschutzrisiko. Ich glaube wirklich, dass es sein kann, dass viele die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten als Grundlage der Verdienstzuschlägeermittlung deswegen vielleicht nicht wollen, weil sie denken, ja, ach, Datenschutz, das ist ja irgendwie so gefährlich und riskant. Ja, also für mich, der ich mich mit der Materie nun intensiv beschäftigt habe, sieht es so aus, dass ich vor Datenschutz so viel Angst habe, wie ein Punkt, den ein Kuli auf einem Stück Papier macht und vor dem Weiterlaufen des bisherigen sozialmarktwirtschaftlichen Systems habe ich so viel Angst, dass ich einen Riesenkreis mache, der das ganze Blatt von oben bis unten ausfüllt. Ja, und das ist die, also deswegen beschäftigen sich sich damit, dass Kosten, die Kosten und das Risiko mit der Einführung einer Wohlfühlstimme von Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten und so weiter ist wie das Verhältnis eines Punktes auf einem Papier zu einem riesigen Kreis, der das ganze Papier ausfüllt. Ja, und da sind sie im Irrtum, das sind alles, die volkswirtschaftlichen Kosten des Weiterlaufens der sozialen Marktwirtschaft sind so gewaltig, das können Sie sich gar nicht vorstellen, da reicht dieser riesige Kreis gar nicht, um das deutlich zu machen. Ansonsten fühle ich mich insgesamt so, denke ich manchmal, oh Gott, wieso, was ist hier los? Aber wir müssen uns klar sein, wie bei Hitler. Bei Hitler, Hitler hatte in seinem Kopf einige riesen Irrtümer und danach lief dieser Wahnsinn von 1933 bis 1945 immer weiter. Und die vernünftigen Leute haben so wie ich jetzt den Kopf geschüttelt. Wie kann man solche Irrtümer und Irrwege immer weiter laufen? Und genauso ist das jetzt bei Corona. Einmal die Gefährlichkeitsüberschätzung im Kopf, einmal im Kopf, oh, es könnten in Deutschland ja 900.000 Corona-Tote kommen, einmal solch eine drastische Gefährlichkeitsüberschätzung im Kopf, dann läuft das weiter, dieser Irrweg immer weiter. Und das ist wahrscheinlich, schüttel ich da genauso den Kopf, wie die vernünftigen Leute bei Hitler, die gesagt haben, also es kann doch nicht wahr sein, dass solche Irrtümer wirklich die gesamte Gesellschaft dauerhaft beherrschen. Aber es ist so. Ja, leider ist es so. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Tagesthemen. Dann, ja, also die Evolutionsverläufe, Schluck Wasser. Also, was ist das Problem bei Sarah Wagenknecht? Sie erkennt erstens nicht das Grundproblem unserer sozialen Marktwirtschaft. Im Gegensatz zu Kevin Kühnert ist sie nicht kritisch genug gegenüber der sozialen Marktwirtschaft. Sie stellt keine grundsätzliche Kritik an der sozialen Marktwirtschaft an, sondern sagt immer nur, die Reichen werden zu wenig belastet und die Armen zu hoch belastet. Und das sollte man ändern. Das ist aber falsch. Die Analyse muss lauten, und ich mache es zum millionsten Mal, bitte in den anderen 600 Sendungen und in sechs Homepages nachstudieren. Also ganz kurz hier. Der erste Früharzt der Evolution. Ja, Leute, ihr müsst euch ernähren. Gesund, mit Gemüse, Obst und so weiter. Natur belassen. Und ihr müsst euren naturbelassenen Lebensstilen mit viel Bewegung und viel Liebe leben. Und dann habt ihr starke Immunsysteme und dann braucht ihr mich nicht. Und dann kommt der erste, nach dem Naturgesetz von Mutation zwangsläufig, der erste sich irrende Früharzt und der sagt, nein, ihr könnt ruhig die denaturierte moderne Ernährung essen, die ist genauso gesund, der irrt sich total. Dadurch essen sich die Leute krank, zum Beispiel. Und er kann ihnen unheimlich viele Behandlungen verkaufen. Er kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und dieses allein, dieses eine Beispiel reicht schon, ist der Beweis dafür, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung, wie ihn also freier Markt, wie ihn Dr. Krall mit positiv findet, ist der Killer schlechthin. Also mit dieser Formel können Sie jetzt Millionen Beispiele, Sie können jeden Teil unserer Gesellschaft durchanalysieren und werden jedes Mal feststellen, dass sich Irrtümer, die schädlich sind für die Menschen und Schäden bei den Menschen anrichten, als vorteilbringend erweisen und zu Karrieren, positiven Karrieren führen. Und das geht nur über die Einführung der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten und über Verdienstzuschläge, die daran gekoppelt werden, können wir das Wirtschaftssystem dahin lenken, dass es menschenfreundlich wird. Nur so. Und der Irrtum von Sarah Wagenknecht ist also, dass sie erstens diese Gefährlichkeit unserer sozialen Marktwirtschaft nicht erkennt und andererseits wiederum auf der anderen Seite wieder nicht erkennt. Ja, hoppla, was passiert denn, wenn wir hier die Leute höher besteuern, in jeder Hinsicht, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Einkommenssteuer und, und, und. Und wenn wir da besteuern, auf Teufel komm raus und das dahin geben, dann kriegen wir hier wieder zu viele Kinder, viel zu wenige nicht leistungsfähige Kinder, die dann unsere Volkswirtschaft dadurch schädigen, dass sie aus ihnen keinerlei Innovationen hervorgehen. Ja, warum brauchen wir Innovationen? Wozu brauchen wir denn Innovationen? Schluck Wasser. Also, geniale Kinder werden zu genialen Erfindern und eventuell zu genialen Unternehmern oder sie arbeiten zusammen mit genialen Unternehmern. Geniale Unternehmer sind die, die eine Mannschaft so formen können und so arbeiten lassen können, dass sie unheimlich effizient ist. Und das können nur Genies, ja, und diese Genies entwickeln etwas und die ganze Welt will das von Deutschland kaufen, ja. Das ermöglicht dann, dass Deutschland wiederum aus aller Welt die besten Produkte der Genies der anderen Kontinente kaufen kann. Haben wir aber nicht diese Genies, weil wir eben sozusagen hier total hoch besteuern, Das heißt, dass jeder, der kann, wird sein Vermögen nehmen und bevor diese Reformen kommen, Deutschland verlassen und wird auswandern und wird dort seine Fabriken aufbauen. Und die Arbeitsplätze werden verschwinden. Also, wir werden einen totalen Rückgang an genialen Erfindern und genialen Unternehmern haben. Und dafür kriegen wir dann unheimlich viel Nachwuchs, weil die ja jetzt viel Geld haben und viele Kinder ernähren können, unheimlich viel Nachwuchs im niedrigst qualifizierten Bereich der Gesellschaft oder im null qualifizierten Bereich der Gesellschaft. Da werden wir dann die höchsten Zahlen an Nachkommen haben. Und dadurch wird es so sein, dass in Deutschland wir keine Produkte mehr haben, die die Welt von uns kaufen will. Also können wir auch die besten Produkte des Auslands nicht mehr nach Deutschland einkaufen. Und in Deutschland geht der gesamte Lebensstandard und alles geht drastisch runter. Also ist Sarah Wagenknecht sozusagen ein Sargnagel für die deutsche Volkswirtschaft. Und das würde jetzt auch bedeuten, dass eben dann auch keine neuen, denn wenn so viele Steuern in Deutschland gezahlt werden müssen, kommen natürlich keine neuen Investoren nach Deutschland. Wir kriegen also auch keine Zuwanderung von genialen Unternehmern mehr ins Lande, auch nicht mehr von genialen Erfindern, weil die ja auch frohe Steuern zahlen müssen und so weiter. Und dann verarmt das ganze Land. Also zusammengefasst, Sarah Wagenknecht löst nicht das Problem, dass freie Markt und freie Arbeitsteilung generell ruinös sind für uns alle. Das löst sie nicht. Sie schafft aber stattdessen ein neues Problem, nämlich sie führt zu einem Abwanderen. Sie sorgt für ein Abwandern der genialen Unternehmer und Erfinder und damit verliert Deutschland seine weltweite Wettbewerbsfähigkeit und es kommen auch keine neuen Investoren nach Deutschland. Es war ja im Gerede irgendwas, dass dieser Elon Musk von Tesk war, dass der in Deutschland investiert. Wenn sie da die Steuern hochfahren, dann kommen solche Investoren nie wieder nach Deutschland. Und dann bleiben die Leute halt arbeitslos. Da haben sie am Ende eine Armee an Arbeitslosen und an Geringverdienern, denn hohe Löhne können nur bezahlt werden. Unternehmen können immer nur dann hohe Löhne zahlen, wenn ein genialer Erfinder ein geniales Produkt entwickelt hat. Die Welt ist bereit dafür, hohe Preise zu zahlen. Und dann kann der geniale Unternehmer hochleistungsfähige Mitarbeiter anstellen und die kriegt dann nur, wenn er denen bereit ist, hohe Gehälter zu zahlen. Also ein Hochlohnland kann Deutschland nur durch geniale Erfinder und geniale Unternehmer werden, die möglichst auch viel aus dem Ausland kommen. Und genau das würde Sarah Wagenknecht zerstören und damit die Volkswirtschaft ruinieren. Also haben wir jetzt schon mal den ersten Thema hier. Sarah Wagenknecht, also keine Chance gegen Next Scientists for Future. Die sind weit überlegen von der Reformkompetenz. Denn die Next Scientists for Future erzielen mit ihren positiven Reformen bis zu 500.000 Euro jährliches Wirtschaftswunder. Also 0,5 Billionen jedes Jahr volkswirtschaftliches Plus, von dem ja jeder Bürger was abkriegen würde. Außer vielleicht in diesem Bereich. Also sozusagen jeder Bürger, der auch an diesem Wirtschaftswunder dann auch mitwirkt, der wird auch was davon haben. Wovor ich warne, etwas abzugeben bei diesem Wirtschaftswunder in diesem Bereich. Denn dann kriegen wir hier wieder mehr Kinder. Und die ruinisch schwächen dann wieder unsere Volkswirtschaft und ruinieren unsere Volkswirtschaft. Ja, und damit also dieser Grund, aber Glaube, nämlich, dass alle Kinder, die geboren, würden Genies sein und dass quasi die Evolution und die Genetik alle ihre Gesetze außer Kraft setzen würde, weil die gerne die Linksradikalen gerne daran glauben wollen, dass jedes Kind ein Genie sei. Leider ist es nicht so. Naturwissenschaftlich ist es so, dass die Natur unheimlich ungerecht ist. Der eine wird mit den genetischen Defekten geboren, der andere wird mit einer positiven Mutation geboren. Die meisten werden mit negativen Mutationen geboren. Und sodass also sozusagen die Evolution mit jedem Kind Lotterie spielt. Und es kann genetisch Pech haben, es kann genetisch ein bisschen Glück haben. Aber letztendlich, wenn zwei Eltern beide einen IQ von nur 70 haben, ist es total unwahrscheinlich, statistisch total unwahrscheinlich, dass eines von 100 Kindern tatsächlich ein IQ von 170 kriegen könnte. Das ist so fast unmöglich. Also Evolution läuft immer so, dass gestreut wird um die Ausgangsbasis der Eltern herum. Und dann greift normalerweise, also Mutation und Selektion greifen an. Und dann kann wieder, ja, wir Menschen hatten ja vor 13,8 Millionen, 4 Millionen Jahren noch, waren wir immer noch im Bereich von 400 bis 500 Milliliter Gehirnvolumen und so weiter. Und es ist immer so verlaufen. Ja, es ist, die Evolution ist immer so verlaufen, dass, wenn der Gebrauch der Hände dazu führte, dass ein, also nehmen wir mal an, hier hatten wir zwei Eltern mit 450 Milliliter Gehirnvolumen. Ja, dann wird ein Kind geboren, das als Erwachsener dann ungefähr, sagen wir mal, 480 Milliliter Gehirnvolumen hätte. Ja, und wenn jetzt es tatsächlich so ist, dass die Eltern und das Kind zusammen über Handfähigkeiten und Technologien verfügen, die dazu führen, dass ein großes Gehirnvolumen auch in mehr Nahrungsbeschaffungsvorteilen resultieren kann, dann wird das Kind mit den 480 Milliliter Gehirnvolumen wird dann also aus der Kombination Technikhände plus größeres Gehirn, das noch bessere Ideen entwickelt, mehr Nahrung erzeugen und kann, wenn dann dieses Kind mit den 480 Millilitern wieder Kinder bekommt, dann wird wieder ein Kind dabei sein, das dann 500 Milliliter hat und wenn eben, wie gesagt, dann mit Händen, mit Technikhänden und Ideen und so weiter noch mehr Nahrung zu holen ist, dann wird sich wieder dieses Kind mit dem größeren Gehirn stärker ausbreiten als die mit dem kleineren Gehirn und so lief dann die Evolution aufgrund unserer Technikhände, also im Gegensatz zu Kletterhänden bei Bonovos und Schimpansen, haben wir eben Technikhände und dadurch konnten wir mit den Technikhänden und mit diesem, konnten wir das immer größer werdende Gehirn ernähren, sodass dann also immer die, die gute Technikhände hatten und größere Gehirne immer eine größere Wahrscheinlichkeit hatten, mehr Enkel in der Evolution zu hinterlassen als die mit den kleineren Gehirnen und so kam es dann dazu, dass wir dann vor 30.000 Jahren das angebliche Maximum von 1500 Milliliter hatten, während wir jetzt schon wieder degeneriert sind, durch freien Markt und freie Arbeitsteilung Richtung 1350 Milliliter und einen beispiellosen weiteren Abstieg wohl noch vor uns haben, wenn wir da nicht eingreifen. Ja, und damit habe ich aber auch gesagt, wo der entscheidende Irrtum von Markus Krall ist und warum eben seine bürgerliche Revolution um jeden Preis vermieden werden muss, also sozusagen, weil er uns diese Schädlichkeit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung noch stärker bringen würde, als wir jetzt schon darunter leiden, sozusagen. Ja, also deswegen ganz klarer Sieger, Next Scientists for Future, ganz klarer Sieger. Ja, das war es schon mal wieder mit dieser neuen wissenschaftlichen Tagesschau. Ich bin mal gespannt, ob in neujährlichen Kommentaren was Vernünftiges Neues kommt. Tschüssi, bis bald!